Hallo, ich bin M4Defense, ich bin hier mit Mr. Kavaner. Wie fühlst du dich, wie fühlst du dich? Sehr gut, gut zu dir wieder zu sprechen. Danke. Dein Mann, Mlambo, hat einen tollen Kampf gemacht. Er war drei Runden. Was war der Spielplan? Ich werde 100% ehrlich sein, dass ich nicht nur Franz sah auf den Gegner. Ich hatte keine Ahnung, was seine Skillset war. Ich versuchte einfach auf Franz's Skillset. Und ich sagte ihm, wenn du deine Hände schreitst, nicht in die Hände schreit. Weil manchmal er erinnert und er schreit in die Hände schreit. So, drei Mal im Kampf, er schreit in die Hände schreit. Franz, wir werden über das in der Gym sprechen sprechen. Er hat den Gewinn, aber wir müssen das ab. Franz ist so, für mich, so talented. Er ist so skilvoll in jedem Bereich. Aber manchmal in den Kampf, er will er nicht mehr schreit sein. Wir müssen die Technik mehr nutzen. Was können wir von ihm in Zukunft erwarten? Keine Ahnung mehr mit der Hände schreit. Also, wenn du mich in Paris interviewierst, hoffe ich, dass er seine Hände schreit, er hat mit der Leid Hand gewonnen. Oder er hat seine Hände schreit. Er ist in der Gym. All die Leute, die du fragst, in der SPG spars mit. Er ist einer der meisten skilvollen Leute, die er trainiert. Und dann, manchmal, es ist schon seitdem er kämpft. Also, vielleicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, ein Ring-Rust, wie man sagt. Aber in Paris, ich erwarte eine viel mehr klinische Exhibition. Und wie möchtest du Berlin, Deutschland? Das war meine erste Mal hier. Und es ist lustig. Ich gehe so viel. Ich bin sehr wenig. Ich bin sehr wenigstens im Hotel. Ich bin einfach so leid. Aber, seitdem ich hier bin, ich bin zum Zoo. Ich habe einen Bus-Topp-Tur. Ich bin zum Museum. Ich habe Bikes. Ich bin so eine verrückte Tourist für 48 Stunden. Und es ist eine unglaubliche Stadt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Restaurants. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe meine Frau, ich möchte hier wieder kommen. Mit Orla. Du bist willkommen. Und wie wirst du die Verteidigung heute Abend? Ich sage meinen Kollegen, wenn wir gewinnen, wir nicht zu viel. Wenn wir gewinnen, wir nicht zu viel. Wenn wir gewinnen, wir nicht zu viel. Ich habe eine 7.00 Uhr in der Morgen. Also, nicht zu viel zu viel. Wir werden richtig gewinnen, wenn wir das Tournament in Dublin in December gewinnen. Ja, schön. Und eine Frage über Ihren Champ Champ. Wie können wir ihn dieses Jahr erwarten? Wie Dana White gesagt hat, es sieht noch gut aus. Ich weiß, dass es technische Dinge geht. Aber wenn Dana White sagt, es sieht gut aus, dann sieht es gut aus. Und wird er zurück zum SPG für Training Camp? Ja, er ist in und aus. Wir haben immer wieder zurück. Conor hat so viel zu viel zu gehen. Wir haben verschiedene Dinge vorgelegt. Ich erwarte, dass er bald wieder zurück ist. Aber wir sind immer im Training. Wir sind immer in Kontakt mit uns. Wir haben Training-Gruppen, wo er geht. Ob es in Amerika, im Mittel-East oder in Europa. Wir sind immer im Kontakt. Wir sind immer im Training in einer Form oder in der anderen. Vielen Dank. Ich wünsche dir die besten Glück. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke.